Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video, heute mit einer neuen versteckten Errungenschaft unter Wunder der Welt. Und zwar vom fliegenden Karpfen, der das Himmelstor aufstößt. Diese versteckte Errungenschaft bekommt ihr hier im Chenyu Tal und ihr müsst drei Selien zuerst mal finden. Eine davon ist hier auf dem Pfahl, die ist ziemlich einfach zu finden. Die müssen wir hier zurückbringen. Ja, das war wahrscheinlich die am einfachsten verdienteste Truhe, die wir jemals in unserem Leben abgeholt haben. So ungefähr. Genau. Dann sehen wir eh schon die nächste. Jetzt können wir uns, glaube ich, frei entscheiden, welche wir jetzt nächstes probieren. Ich würde sagen, wir machen die da. Das liegt jetzt ziemlich nahe. Oh, oh, das war fast zu weit. Okay. Nice. Bei der dritten bin ich mir noch nicht sicher, wo sie ist, aber ich schätze mal, wir werden da jetzt auch einfach hingebracht. Da bringen sie jetzt nur zurück zu dem Windstrom wahrscheinlich. Ja. Ja, war klar. Okay, hier auf jeden Fall. Ich habe sie noch nicht gesehen. Ah, ich habe sie noch nicht gesehen. Ah, doch, da hinten ist sie. Oh, ganz schön weit weg. Tatsächlich. Deswegen habe ich sie nicht gesehen, weil sie so ultra weit weg ist. Ich schätze mal, wir müssen hier die Bestie besiegen. Yes. Okay. Sehr gut. Müssen wir die auch besiegen? Ich glaube nicht. Sieht nicht so aus. Yeah. Okay. Und jetzt hat sich hier dieser Punkt aktiviert. Ich hätte eigentlich auf die Plattform gehen müssen. Ich dachte mir auch gerade. Und jetzt müssen wir ihn eigentlich nur noch aktivieren. Und dann müssten wir die Errungenschaft bekommen. Die Frage ist jetzt nur, wo wir hinfliegen. Oh, okay. Was? Oh mein Gott. Was zum Teufel? Alter. Okay, das ist crazy. Das wusste ich nicht, dass das passiert. Was? Da oben ist eine Truhe bestimmt. Errungenschaft und Truhe wartet dort oben bei uns bestimmt auf uns. Und wie geil der Himmel aussieht. Meine Güte, ist das Spiel geil. Wow. Krass. Ah ne, wir machen da oben gar nichts. Okay, wir haben da gar nicht Halt gemacht. Ja. Und das war's. Mann, war das cool. Ey, das war richtig geil. Aber die Dinger sind jetzt weg. Ne, schade. Oh Mann, das war richtig cool. God damn, war das cool. Let's go. Vom fliegenden Karpfen, der das Himmels-Tor aufstößt. Werde Zeuge, wie der goldene Karpfen durch das Tal fliegt. Damn. Not gonna lie, das war eine der coolsten Sachen, die ich in dem Spiel jemals gesehen hab. Damn. Geil. Ja, ich hoffe, die Errungenschaft hatten einige von euch noch nicht, kannten sie noch nicht. Erzählt es auf jeden Fall euren Freunden. Übrigens der Link zur Playlist aller Errungenschaften. Viele versteckt, einige auch nicht versteckt. In der Videobeschreibung hilft euch vielleicht dabei, weitere Errungenschaften freizuschalten. Ansonsten sage ich will immer, danke euch für mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.